Hey Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Runde Fortnite Battle Royale. Diesmal bin ich auch nicht ganz alleine, denn zwei Freunde von mir wollten eine Runde spielen und ich dachte mir, ja, spielst du mal mit und lässt vielleicht mal die Aufnahme mitlaufen. Vielleicht passiert was Witziges. Also es war nichts geplant. Also es war jetzt keine geplante Aufnahme. Aber es ist so viel geiler Scheiß passiert, weswegen ich euch das gerne zeigen möchte. Also dann, viel Spaß. Ach ja, die beiden sind Sense und Alexei. Ganz vergessen. Bööö. Ja, ja. Wir gehen wieder da runter, da war gut. Ja, dann können wir auch noch ein bisschen auf dem Bus sitzen bleiben. Ja. Bisschen Mucki genießen. Ja, der ist cool. Es ist wie, wenn man draußen, wenn da eine Disco ist beim Rauchen. Ja, so hört sich das an. Genauso. Gesundheit. Nach dem Fluss raus. Ja, ich glaube über den See können wir direkt rausspringen. Über den See? Also jetzt, ja. Ich glaube, das reicht. Alter, wir haben Chair 8852 dabei. Krasser Typ. Wie, wird das aber aufgefüllt auf vier Leute oder was? Ja, ja. Okay. Wir sind direkt hinter dir. Ja, wir gehen direkt wieder erstmal zu der Scheune da hinten, wo wir letztes Mal waren. Oh, Madpick. Oh, noch mehr Munition. Keine Waffen? Hä? Keine Waffen, ne? Ne, dann wieder zu den Häusern, die wir unterwegs gesehen haben. Ja, das ist eine Attacke. Da ist aber jemand gelandet, ne? Bei den Häusern? Meinen, ja. Ja, umso besser. Scheiße, da ist echt einer. Oh, ich habe eine Waffe gehört. Ich gehe schnell ins andere Haus. Ist denn in dem Haus einer oder was? Wirklich von hinten erschossen? Ja, in dem rechten Haus ist einer. Und der kommt dann weg. Auch schon. Gott, Gott, warte, warte, warte. Scheiße. Ja, er kommt rüber. Zu mir? Ja. Nein, er geht doch wieder außen rum. Er steht jetzt, er geht links am Haus und lang. Ich brauche eine Schöne. Komm, auf die verdammte Scheiße, Mann. Er ist immer Haus drin. Alexi, komm wieder rein. Komm wieder rein. Zu mir, zu mir, zu mir. Komm zu mir, zu mir. Hahahaha, hier ist meine Falle gelaufen. Hahahaha. Hottel. Gib mir den Scheiß. Dankeschön. Aber gut, dass du eine Falle gefunden hast. Also, es wäre jetzt echt voll nach hinten losgegangen. Sensor oben liegt noch eine Pistole. Äh, Sensor, warte mal, komm mal her. Komm mal her, die Pistole habe ich nämlich wieder aufgehoben. Warte mal. Ich habe schon total viel Fallenkills in diesem Spiel, ne? Hast du? Ich habe vorhin das erste Mal einen Kill gemacht. Aber wir sind noch in der Zone. Das ist sehr schön. Ja, sind wir? Ja, komm, wir raiden... Wir raiden Tomato Town. Ich glaube, hier war noch keiner. Sicher nicht? Danke. Loot, Digga. Loot, Leute. Epic Loot. Ich gehe mal eben zur Tanker und guck mal da. Oh, hier ist, ähm... Strohk-Munition. Äh, Dings. Dennis, was du brauchst? Hier hinten bei... Ja, ich habe, ich habe. Hast du genug? Okay. Dann lasse ich das auch nochmal liegen. Hallo, Alexei. Ich bin's. Der Dennis aus der Zukunft. Und wenn du noch einmal so laut Musik hörst, dass man das durch deine Kopfhörer hört, gibt's Klatsche. Kapisch? Ja, ich bin gut ausgerüstet, Leute. Okay, hier in der Tank ist gar nichts. Super. Also relativ gut. Ist das eine Falle? Jo. Sense, block mich nicht. Gibt's hier sonst nichts? Ich hätte jetzt gedacht, dass hier mehr cooles Zeug ist. Ja, irgendwie ist hier gar nichts. Schade. Sense, ich habe dir mal das Leben gerettet. Oh, hier, wir sind welche. Scheiße, scheiße, scheiße. Oh, fuck. Die habe ich nicht gesehen, Mann. Einen habe ich. Scheiße, scheiße, scheiße. Ja, Sense, das war's. Wenn die jetzt reingerannt kommen, war's dann... Alter, er hat Sense gekillt. Der Wichser. Er ist schon wieder meine Falle gelaufen. Hahaha. Niedergestreckt. Niedergestreckt, sag ich. Das ist ein Brotter. Noch lebe ich, Leute. Nein, ich habe mich verdrückt, ich habe mich verdrückt. Nein, sorry, sorry, sorry. Sorry, dude, sorry, dude. Oh, ich habe sie getötet. Ich habe sie alle getötet. Ja. Du bist so ein scheiß Locker, Alter. Ich bin so eine scheiß Maschine, Mann. Wechselt der auf die scheiß Spitzhacke und das... Oh, Junge, Alter. Und schafft das auch noch. Boah, ich habe so Puls, Leute. Ja, so alle lockerflockig weggeholt, ey. Lockerflockig, Alter. Und wieder ist einer an meine Falle gelaufen, Alter. Fallen sind so scheiß'n OP. Ja, da werden sich die Leute noch drüber übelst ausheulen und... Ach, Quatsch. Nö. Da muss man ja erstmal so doof sein und reinlaufen, ansonsten machen die ja keinen Schaden. Ja, damit hat er wahrscheinlich nicht gerechnet, ne. Wenn du da die Treppe hochkommst, siehst du das nicht sofort. Ich bin jetzt so scheiß'n alleine, Mann. Ist er denn noch da, oder hat er, nachdem er gestorben ist, sich ausgelockt? Nö. Ich glaube, er ist noch da. Oder? Ja. Nee, ach, ich habe eine Kiste. Ich habe eine Kiste, ich habe eine Kiste. Alter, ich habe sie alle getötet, Mann. Ja, da ist ein Frank. Ja, ich habe es gesehen. Ich glaube, der ist da oben. Auf dem Dach. Auf dem Dach bestimmt, ja. Hallo? Dach? Geh kaputt. So, äh, F2. Nee, F3. Nee. Da ist es doch. Und es ist nichts drinne. Geil. Ich wollte gerade sagen, ey, das ist ja mal ganz, ganz mager, ey. Hat sich richtig gelohnt. Ja. Da ist noch eine Kiste. Aber vorher baller ich mir noch so einen Trank rein. Komm schon. Epische Scharfschützengewehr. Also sollt ihr von Steffen ausrichten, du bist ne Muschi. Achso, ja dann. Kleine. Achso, ja. Kleine. Na dann, na dann. Kleine Freunde. Alter, was hast du für ein Ding? Oh, ich höre was. Ich höre. Ich glaube, das kam von links. Ach, hast du auch Sound? Ja, klar, das habe ich Sound. Von da kommt das. Soll ich da mal hingehen? Ach komm, YOLO. Ey, nee, geh mal jetzt. Doch, Mann, voll Krieg, Digga. Du bist noch in der Safe-Zone. Also krieg da, äh, fast Krieg. Äh. Stell dich da jetzt nicht so auf. Alter, ich bin alleine. Ich bin sowieso voll tot. Weiß nicht. Warte mal. Warte mal, ich habe ne coole Idee. Die Schüsse, Alter. Ich habe ne richtig, richtig coole Idee, Mann. Das ist mies, ey. Das ist richtig mies. Siehst du, da kommt er schon. Da, siehst du ihn? Wo denn? Da, rechts an der Seite. Da kommt er. Ah, da oben. Ja, hier ist es. Der will hier gleich direkt rein. Der will hier gleich direkt rein. Er hat einen anderen gerade im Visier. Der gerade in, äh, in, ähm, äh, in der Gewinterfront, da, äh, Rattager. Scheiße, wir sind zu dritt, Alter. Ich kann mich jetzt nur hier hinhocken und, äh, hoffen, dass mir hier nichts passiert. Da, was anderes kann ich jetzt nicht machen. Ja, der Erste kommt. Sehr gut. Sehr gut. Komm in mein Haus. Hier ist alles schön. Sehr gut. Der Nächste, bitte. Ich höre sie nur stapfen. Ja, aber die wissen, dass eine Falle ist. Die hören die. Die hören die, aber die wissen, glaube ich, auch, dass dann einer da so bestimmt rumhockt. Das ist ein unobrandes Problem. Kann ich hier irgendwie raus, ne? Achso, die sind bestimmt wieder, ach, ne, da oben laufen sie. Abgedampft. Ja. Ich kann jetzt wirklich nur noch hinterher schleichen. So ein Mist. Hinterher schleichen und einen nach dem anderen killen. Ja, die bekriegen sich gerade, das alles ist gut. So wie das aussah, sind es ja eine Gruppe. Ja, 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 das ist ja. Sonst sind sich wohl gegenseitig gekillt. Also ich, äh, laufe jetzt schön hinter den her. Die bekriegen sich mit denen, die da vorkommen und dann ist alles gut. Ja, aber das Stampfen, das ist extremst laut, ey, so. Ja, wenn du schleichst halt nicht, ne? Ja, weiß ich nicht. Hab ich bis jetzt noch nicht mitgekriegt. Wie leise das ist. Lauf, du bist noch nicht ganz drinnen. Ja, ich weiß, aber die sind da hinten. Wo sind sie da? Eins, ich sehe eins, drei waren das gerade. Warte, noch mehr? Bist du da wo? Ja, bis du, Vorsicht. Ja, da hinten am Berg. Die dürfen mich halt nicht sehen, sonst bin ich halt voll direkt am Sack. Ja, pass auf, dass da nicht... Noch habe ich Zeit, noch habe ich Zeit. Noch ist alles gut. Nicht, dass jetzt von rechts da einer noch auf dich schießt. Irgendwas war da noch gerade. Nee. Alles gut. Die sind zum Drop, alles gut. Da hinten kommt ein Drop runter. Schnell zu dem Haus da. Wenn da einer drin hockt, bin ich halt voll am Sack. Pech gehabt. Ich habe auch keine Granaten, sonst hätte ich eine Granate unter den Arsch gefüllt. Ist das eine Falle? Ich höre sie doch. Ah, das ist die meine. Ja, ich wollte gerade sagen, das Haus war doch vom Anfang, ey. Das ist mein Haus von Anfang her. Oh, da hinten ist Krieg. Es sind nur noch neun Stück. Also ich schmeiße mich vor Lachen weg, wenn du als Einziger nur, weil du hier rumschleichst, überlebst, ey. Ja, ist halt voll Campingrunde, ne? Ist halt wie Urlaub. Ja, vor allem, du bist gerade in der einzigen, nächstgelegenen Safezone, ne? Also Vorsicht, ey. Stimmt, Alter. Also pass bloß auf, ey. Wenn die sich alle da jetzt noch rumtreiben und warten... Beste Runde. Die sind bestimmt hinten auf dem Berg, da wo du die vorhin gesehen hast. Da ist einer. Der ist alleine. Der geht gerade zum Tower. Der will diese Sachen da haben. Ne, er kommt jetzt auch in deine Richtung. Wenn ich den killen kann... Ne, da hinten ist noch einer. Das sind zwei, ja. Wenn ich den killen kann, habe ich schon mal gut, weil dann hat er nämlich... Vorsicht. Na, komm. Komm. Zwei. Ja, ja, klar. Ich hab so Schiss. Ich hab so Schiss, Mann. Das ist so eine feige Methode, aber geht halt gerade nicht anders. Du hast halt deine Teammates nicht dabei, ne? Also deswegen ist das so ein bisschen auch... Vorsichtig in der Ecke sitzen und warten. Anders überlebst du es sonst nicht. Das ist korrekt. Boah, ich hab so Puls. Boah, Junge, jetzt geht richtig. Krieg da draußen. Was geht da ab? Jetzt hätte ich gerne noch eine Falle. Alter, das ist richtig... Richtig toll, Mord- und Totschlacht da draußen. Ich bin froh, dass ich hier noch in der Zone sitze, ne? Boah, Alter, jetzt auch noch Granatwerfer. Jetzt geht's los. Scheiße. Sind immer noch sechs. Es ist noch keiner gestorben seitdem. Ich bin immer noch in der Zone. Ey, das läuft echt auf dieses Haus hinaus, ne? Ey, warum kommt denn hier keiner rein? Das ist voll die gute Position. So richtige Camperrunde, Junge. Ich würde dann erst gleich mal so einen kleinen Blick wagen, ey. Ne, Alter, da bin ich direkt tot. Die sitzen wahrscheinlich auch... Die sitzen wahrscheinlich... Ja, die sitzen wahrscheinlich auf der anderen Seite von der Tür und warten auch, dass ich die Scheiß-Tür aufmache. Boah, das wird ja noch kleiner, Alter. Alter, ich sitze noch in der Scheiß-Zone drin. Wie gut. Du, geht jetzt doch rum, wer die größten Eier hat. Hm? Oh, ich hab sie draußen. Ja, bei dir. Da links von dir. Ja, ich hab... Ja, auch die Mauer ein. Ja. Oder er hat's versucht. Hm, verbargadiert sich einer direkt davor der Nase, ey. Ähm, Dennis, bist du sicher, dass du in der Zone sitzt noch? Ja. Also noch. Der sieht ziemlich stark nach nicht aus. Ah, scheiße, ich glaub auch. Ich glaub, du musst raus. Ich seh ihn nicht. Wenn ich ihn sehen, einmal kurz sehen würde, würden wir das ja reichen. Äh, der hängt unten. Er ist unten, ne? Welter Dennis, Mann. Bist du noch drin? Neeein. Neeein. Oder? Komm schon, komm schon. Alter. Junge, jetzt musst du doch mal raus. Nein! Ah! Schade. Shit, wie viel Leben hat er noch gehabt? Wie viel Leben hat er noch gehabt? Bloß, sag es mir. Der eine ist noch... Scheiße, ein Schuss. Ein einziger verdammter Schuss, ey. Wuh! Alter, das war eine geile Runde. Das hat Spaß gemacht. Aber, ey, Alter, so knapp davor, dass die Zone dich erwischt hat. Ja. So viel Glück kann man nicht haben, ey. Junge. Alter Vater, ey. Heiliger St. Christoph an der Runde war ja alles knapp. Nun gut, dann bedanke ich mich sehr fürs Zusehen. Wenn ihr neu seid und euch das Video gefallen hat, lasst doch vielleicht ein Abo da und eine kleine Bewertung. Und alle, die jetzt schon meine Videos regelmäßig gucken, vielen lieben Dank. Ihr seid die Besten. Also dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss.